Ladies and Gentlemen, lange lange ist es her, dass Philipp Reichwein auf diesem Kanal was hochgeladen hat. Aber heute ist das anders, denn ich will euch erzählen von einem Tool, das mich zugegeben extrem begeistert hat. Die Rede ist von Retouch for Me Color Match. Color Match ist ein weiteres Plugin aus dem Hause Retouch for Me, das euch dabei helfen soll, schnell Looks zu erzielen, auf eure Bilder anwendbar, auf eure Filme anwendbar, deswegen die Video-Fans auch mal ganz aufgepasst heute. Und das ganz Besondere ist, es geht schnell und ihr könnt euch aus gängigen Fotos oder Videos, Looks exportieren quasi, um sie auf euer Foto zu legen. Und sind wir mal ehrlich, Farblooks sind extrem wichtig, denn sie beeinflussen euren Zuschauer oder euren Betrachter. Nehmen wir als Beispiel mal Matrix. Ihr kennt Matrix. Matrix hat im ersten Teil einen extremen Grünstich. Nun, warum war das so? Weil Neo, der Held, in der Matrix gefangen war und mit jeder Stunde oder mit jedem Teil ist er mehr aus der Matrix ausgebrochen, wurde wieder in die richtige Welt verfrachtet und der Grünstich nahm ab. Harry Potter begann sehr gesättigt, sehr farbenfroh. Der junge Harry kommt nach Hogwarts, hat da sein absolutes Traumleben gefunden. Und über die sieben Teile wurde es immer düsterer, denn Voldemort kam zurück und dann ging es so richtig ab. Und diese Farblooks effektieren uns dann in unserem Sehen, in unserem Fühlen. Und heute habe ich Bilder mitgebracht, zeige euch noch was in Da Vinci Resolve, wie ich mit Color Match genau diese Looks schnell erzielen kann. Ich habe hier ein Bild, zum Beispiel meine Schwester Laura in Italien. Und wir könnten hier zum Beispiel mal einen Look ausprobieren. Dazu gehe ich auf die Filter. Wichtig, sprechen wir jetzt mal von Photoshop. Ich dupliziere mir immer zuerst die Ebene, damit ich alles, was darunter liegt, nicht effektiere. Dann gehe ich auf Filter. Ich gehe auf Research for Me Color Match. Und hier sieht man jetzt toll, was passiert. Es geht ein Pop-Up auf. Ich kann hier jetzt eine Referenz reinladen. Ich habe da mal ein paar verschiedene vorbereitet. Matrix, Magic Mike, da war alles gefühlt gelb. Dann hier eben Harry Potter, einer der letzten Teile und Avengers. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen hier mal den Deathly Hollow oder Hello. So, und jetzt seht ihr schon, hier seht ihr das Referenzbild, hier seht ihr jetzt das angepasste Bild und hier seht ihr das originale Bild. Wir haben nun natürlich Slider. Mit diesem Slider können wir unser Bild natürlich jederzeit ein wenig korrigieren. Das bedeutet zum einen, hier stelle ich in der Farbe erstmal ein, wie viel der Farbe des Referenzbildes geht hier eigentlich in mein Originalbild über. Und ich finde hier diesen entsättigte Look, den finde ich schon ganz cool. Und jetzt sprechen wir noch hier über die Luminanz. Er hat hier erkannt, dass im Referenzbild es ein sehr, sehr dunkles, eine dunkle Luminanz vorherrscht. Also kann ich das Ganze jetzt hier entweder aufhellen oder so dunkel lassen. So, zu guter Letzt gibt es hier noch das Smoothing. Das ist letztendlich eine Mischung aus der Luminanz und der Sättigung. Und hier wird quasi auf so einer ganz feinen Ebene sämtlicher Gap, der sich vielleicht bildet, das ist bei heute zu extreme Stellen, werden hier weicher gemacht. Ist hier, finde ich, aber in dem Bild eigentlich relativ cool. Den Rest entdecken wir gleich. Wir wenden das Ganze jetzt mal auf unser Bild an. Und jetzt seht ihr schon, warum in Photoshop eine extra Ebene gemacht wurde. Ich kann hier theoretisch nun verschiedene Looks erzeugen und mir dann auf einzelnen Ebenen durchklicken, welche ich wirklich will. Ich kann aber auch eines machen. Ich kann zum Beispiel sagen, das gefällt mir schon sehr, sehr gut, aber ich möchte zum Beispiel einfach nur für euch jetzt einen Teil meines Bildes nicht davon effektiert haben. Nun, dann nehme ich mir hier mein automatisches Auswahl-Tool, Objekt, Auswahlwerkzeug. Dann gehe ich zum Beispiel hier auf meine Schwester, sage, hey, es soll alles diesen Look bekommen, nur sie nicht. Vielleicht wegen Hauttönen oder warum auch immer. Habe jetzt hier eine Maske, kann die auch noch weicher machen. Da muss ich ein bisschen aufpassen wegen den Kanten. Und schon hätte ich jetzt hier quasi den kompletten Platz in diesem Look, nur mein Model nicht. Ist jetzt hier ein Extrembeispiel, nur damit ihr seht, was möglich ist. Ja, ihr könnt das Ganze maskieren. Gesamt finde ich das aber schon sehr, sehr spannend. Ihr könntet natürlich jederzeit die Deckkraft hier auch noch so ein bisschen anpassen. Aber, hey, sind wir mal ehrlich, starke Geschichte. Jetzt ist aber so, wo bekommt ihr diese Looks? Nun, ganz einfach, ihr könntet sämtliche Fotos reinschmeißen. Ihr könntet alle screenshotten. Ich habe hier eine coole Seite entdeckt, die zeige ich euch. Nennt sich Film Grab. Hier gibt es jegliche Art von Filme. Beispielsweise, ich bin großer Ghostbusters-Fan. Da gucke ich mir mal hier Ghostbusters an. Dann seht ihr hier ganz viele verschiedene Screen Raps, ganz viele Szenen quasi. Und das Color Grading. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, wir nehmen uns jetzt etwas sehr, ja, ich sage mal düsteres oder eben auch sehr trauriges. Nehmen wir uns mal hier sowas. Das ist ganz gut. Gut, hier die Folge, beziehungsweise die Szene, als quasi Ghoster langsam ankommt. Nehme ich, schmeiße hier in meine Screen Raps. Und jetzt wechsle ich mal auf mein nächstes Bild. Hier, die gute Dame ist sehr traurig, aber das ganze Licht und Co. wirkt fast ein bisschen zu freundlich. Also Filter, Color Match. Dann ziehe ich mir wieder hier mein Ghostbusters-Bild rein. Und jetzt sieht es schon hier deutlich theatralischer aus. Kann mir die Luminanz verstärken. Ihr seht schon, hier lasse ich das Ganze durch. Man sieht hier übrigens jetzt auch mal ganz gut, was passiert, wenn ich die Farbe auf Null setze. Originalbild. Und mit jedem Slide passiert hier mehr. So, und jetzt seht ihr hier oben wieder das Originalbild. So, finde ich ganz cool. Und schon hätten wir hier ein deutlich in sich homogeneres Bild. Und auch hier gilt in der Regel, Deckkraft verringern, bisschen Effekt anpassen. Et voilà. Jetzt bietet das Tool aber noch mehr kreative Möglichkeiten. Ich werde das Ganze hier nochmal zurücksetzen, gehe nochmal hier auf eine extra Ebene, gehe nochmal auf das Tool. Retouch4Me gibt euch natürlich auch noch jede Menge Muster-Looks. Dazu gehe ich hier unten bei LUTs auf den LUT-Manager. Und jetzt seht ihr, es kommt ein extra Feld. Kann man das mal größer machen. So, und jetzt zeigt er euch hier die Vorschau eures Bildes. Und ihr könnt hier durchzappen. Und es gibt hier jede Menge Auswahl. Ich lasse das mal hier laufen, ist ein bisschen langsam. Grading Edition, Mobile Weekly, Logs, User Uploads und so weiter und so fort. Da kann man sich einfach mal so ein bisschen inspirieren lassen. Ich werde zum Beispiel jetzt einfach mal hier Editors Pick nehmen. Schauen wir mal rein. Dann nehmen wir doch mal von mir aus hier unten den LUT. Der ist zum Beispiel sehr hart. Schwarz-Weiß-LUTs gibt es. Nehmen wir doch mal hier die Free-LUTs. Und schon könnt ihr hier jetzt einfach einen LUT auswählen. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir den unteren Teil beachten. Denn wir sehen, unser Referenzbild ist verschwunden. Wir können hier nichts mehr machen. Jetzt legen wir diesen LUT einfach nur drüber. Das Witzige ist, ihr könnt hier über die Pfeiltasten schnell zu anderen LUTs wechseln, die in dieser selben Umgebung sich befinden. Und das Gleiche würde hier oben gehen. Dann würde ihr zwischen all den Screen Grabs in eurem Ordner wechseln. Mir persönlich ist aufgefallen, dass, ich sag mal so, mittel stark belichtete Bilder am besten funktionieren. Zu extrem dunkle Bilder werden extrem, während zu helle Bilder kaum so richtig den Effekt annehmen. Da müsst ihr natürlich gucken, dass der Ziel-Look oder das Screen Grabs, das ihr gerne anwendet, natürlich vom Bild-Look auch passt. Ich möchte jetzt allen Filmenmachern noch was ganz Spannendes zeigen. Ihr könnt Folgendes machen. Ihr habt hier zum Beispiel eine Videosequenz in DaVinci Resolve geöffnet. Und ihr möchtet jetzt zum Beispiel hier den Matrix-Look darauf erzeugen. Nun, ich mache das wie folgt. Zuerst einmal nehme ich mir hier ein Screenshot davon. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das Retouch from Me Plugin stand-alone zu betreiben. Also es bedeutet, nicht über Capture One oder über Photoshop zu öffnen. Und jetzt ziehe ich mir dieses Bild, ich muss es ganz kurz nur hier aus dem eigentlich falschen Ordner raussuchen, ich ziehe es mir hier rein. Jetzt ist das Ganze wie zuvor auch schon. Sprich, ich gehe hier hin, hole mir meinen Example bzw. Sorry Screen Gap, gehe auf Matrix. So, jetzt, ihr seht schon, hat er diesen Look über mein Bild gelegt. Jetzt kann ich das Ganze hier noch anpassen. Zum Beispiel, ihr seht schon, hier könnte ich quasi die Luminanz ein bisschen rausnehmen. Okay, Color könnte ich korrigieren, wie auch immer. Und jetzt passt genau auf. Jetzt gehe ich nämlich nicht hier unten auf Save und würde mein Bild jetzt überspeichern. Nein, ich gehe auf Export LUT. Jetzt könnt ihr den zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal Matrix 2, denn ich habe das zuvor schon mal getestet, könnt ihr speichern. Speichert es gerne entweder direkt in euren DaVinci LUT Ordner. Das könnt ihr ganz einfach machen. Ihr öffnet DaVinci, geht hier unten auf das Zahnrad, geht dann hier auf Color Management, Open LUT Folder. Jetzt seht ihr hier alle LUTs und ich habe hier schon mal einen Retouch for Me Ordner angelegt, ein bisschen zur Sortierung. Und jetzt könnte ich hier, hier diesen Ordner, bei Mac ist es halt easy, ihr zieht einfach den einen Ordner auf den anderen und er merkt sich den neuen Speicherort. Oder ihr zieht es bei Windows manuell einfach rein. Jetzt speichert ihr das Ganze. Hier taucht jetzt dieser Matrix Ordner auf. Ich gehe zurück auf DaVinci, klicke einmal nochmal hier auf Update List, Speicher. Und jetzt gehe ich auf die Color Page und ich mache es jetzt mal ganz basically. Ich gehe hier auf Rechtsklick auf meine Note, LUT, Retouch for Me, gehe hier auf Matrix und schon habe ich meinen LUT, das ich aus diesem Screen Grab erzeugt habe, zack, angewendet. Und Leute, schreibt es gerne in die Kommentare, ist das nicht geil? Na klar, wenn ihr mega krasse Koloristen seid, dann braucht ihr das nicht, dann wisst ihr, wie man den Look erzeugt. Aber hey, für alle, die einfach schnell mal einen coolen Clip kolorieren wollen oder ein Foto kolorieren wollen und eine ganze Serie mit einem und demselben Look irgendwo anpassen wollen, ist das mega. Und hier könnte man natürlich jetzt nochmal ein bisschen spielen. Beispielsweise sage ich, hey, ich möchte diesen Look nur auf die Schatten anwenden. So, dann kann ich hier einfach gucken, dass mein Model im Gesicht möglichst nicht effektiert wird, aber alles andere schon. Und dann habe ich hier, schau dir das mal an, einen schnellen Matrix-Look. Oder, und was ich an DaVinci auch ganz cool finde, ihr könnt hier auch jederzeit die Looks ändern, falls ihr verschiedene LUTs hinterlegt habt. Und jetzt, ich finde das schon cool, springen wir nochmal ganz kurz zurück in Photoshop, denn auch das mit den LUTs ist hier möglich. Das wissen die wenigsten und ich wollte es mal zeigen. Denn, wir nehmen gerne mal hier das Foto von der guten Angelina. Und zwar, wir haben jetzt einen LUT gespeichert. Es ist egal, wo dieser LUT liegt, in eurem DaVinci-Ordner oder in einem separaten Ordner mit dem Namen LUT, keine Ahnung. Ihr geht jetzt hier auf Color Lookup, das ist eine Einstellungsebene, dann auf 3D-LUT-Datei und dann hier oben nochmal auf 3D-LUT-Laden. Und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel den Matrix-Look, wir machen es einfach mal, aufrufen. Und er liegt hier über eurem Bild, er ist also nicht ins Bild eingebrannt, nein, er liegt extra, non-destruktiv, on top. Und jetzt könnt ihr Folgendes machen, ihr sagt zum Beispiel, hey, aufs ganze Bild sieht natürlich so aus, ob ihr schlecht wäre, wollen wir nicht. Aber, wir sagen, lass bitte alle Lichter stellen, also alle hellen Luminanzen frei und wende den Effekt zum Beispiel nur auf die Schatten an. So, und dann könnt ihr mal gucken, entweder so richtig schön stilisiert extrem. Hier mache ich noch die Maske so ein bisschen, ich würde sagen, wir machen sie noch ein bisschen weicher. Ja, oder? Können wir das machen? Ja, wir machen das Ganze. Also, Filter, Weichzeichner, Gauscher Weichzeichner. Ich mache das einfach mal grob für euch, Leute. Also, mein Tipp an euch, generell, was zu Lux und Korn geht, macht das immer erstmal grob. Maskiert nicht perfekt. Macht erstmal den Look drüber und schaut, wie sich euer Bild entwickelt und dann könnt ihr es ja perfekt machen. Nur, falls ihr euch denkt, weil dann macht ihr die Maske nicht perfekt. So, und dann seht ihr schon, jetzt habt ihr den Look hier ausprobiert, aber ihr könnt natürlich jederzeit hier, zack, einen anderen Look laden, zum Beispiel Washed Out, das ist ein anderer. Ihr seht schon, der ist vielleicht deutlich wärmer, deutlich schöner und so einfach geht das mit dem Tool. Also, zusammengefasst, was braucht ihr? Die Testversion oder über meinen Code gleich die Vollversion von Color Match einfach zu erwerben hier über die Retouch4Me-Seite. Dann ein x-beliebiges Bild, da könnt ihr bei Google suchen, ihr könnt hier bei Film Grabs suchen oder wo auch immer. Ihr könnt natürlich, und das ist ein cooler Hinweis, ihr könnt natürlich, wenn ihr selber schon mal irgendwo einen geilen Look kreiert habt, dieses Bild nehmen, dann als Referenz reinschmeißen, um damit andere Bilder zu kolorieren. Last but not least, alle Capture One User, für euch ist das Tool natürlich auch cool. Wie funktioniert es? Ihr habt euer Bild in eurem Katalog oder der Sitzung, in dem Fall der Sitzung, fertig bearbeitet. Jetzt klicke ich auf Rechtsklick, bearbeiten mit, klicke auf Color Match, gebe ihm hier das Zielformat ein, dann Variante bearbeiten. Dann öffnet sich jetzt das Color Match Tool, er generiert ein JPEG im Hintergrund. Jetzt könnt ihr hier eine Referenz reinladen. Ich hole mir mal das Magic Mic Preset, beziehungsweise den Look und sage, okay, ist ein bisschen zu extrem gelb, ziehe ich hier den Color Shift noch ein bisschen nach unten, Luminanz ist cool so, ist jetzt nur ein Beispiel. Und wenn ich jetzt auf Save klicke, dann seht ihr hier, Achtung, zack, jetzt hat mein JPEG diesen Look. Kleiner Hinweis, das ist jetzt destruktiv, das bedeutet, ihr könnt jetzt nicht jederzeit nochmal zurück. Ihr müsstet jetzt nochmal, wenn ihr sagt, ein anderer Look ist besser, Rechtsklick, bearbeiten auf euer Original, das alte zuvor löschen. Das ist hier ein bisschen umständlich, ist aber leider so, geht nicht anders. Ja, das ist Retouch for Me Color Match, tolles Plugin für eigentlich jeden von uns, eine tolle Investition. Ich habe es schon einigen meiner Coaching-Teilnehmer, ich coache ganz viele verschiedene Leute in Capture One, Photoshop, Bildbearbeitung, wie auch immer. Und da haben wir schon ganz oft empfohlen, beziehungsweise durchgespielt, ausprobiert und es kommen tolle Ergebnisse raus. Deswegen schaut es euch an, schreibt in die Kommentare, ob es was für euch ist, ob ihr auch mal gern mehr Video, beziehungsweise DaVinci-Content sehen wollt, weil meine Heimat ist, zugegeben, momentan eigentlich nur DaVinci, also Filmemacher, yay. Und dann probiert es aus, gebt mir Feedback, würde mich freuen. Und natürlich nochmal zum Schluss der Hinweis, über meinen Code kaufen, spart euch Geld, bringt mir Geld, ich freue mich, ihr freut euch, nice. Viel Spaß, bis zum nächsten Video, euer Philipp, ciao.